Spielmarkt, mein Laptop nicht. Also, okay. Wieso? Haha, du hast Müll eingesammelt. Werft das einfach irgendwo hin, ich räum das auf und dann besser einfach mal, ne? Aha, ja, na sowas von. Ich weiß voll was du hast. Gesundheit. Ähm... Ihr denkt sich das wahrscheinlich auch. Ich mir auch, ne? Ja, fein. Ich brauch echt, also... Hallo Cassidy. Mein Leben, er will dich haben. Was? Nein. Oh nein, nicht schon wieder. Tyrox, du sollst doch nicht sagen, dass ich Cassidy habe, weißt du also. Mann, ich... Warum fammel ich die ganze Zeit irgendwelches Zeug ein? Weil du Mülleimer bist. Da hast du schon wieder was eingesammelt. Also, dat war mal ne Kampfansage, würd ich sagen. Ach, was weiß ich. Mangan. Weißt du, wer braucht Mangan? Du? Guter Konto. Ja. Puh, was ist das da hinten? Hä, wo bist du? Ich bin irgendwo draußen. Ich komm nicht mehr mit, Lore. Hä? Ich brauch nichts. Draußen, also hier oben. Äh... Hier. Hinten. Hier. Ach, das sind die Landekapseln. Was? Na, wenn du auf nem Planeten landest, ähm, kommt halt sowas über ein Flumiball. Aha. Interessant. Steht doch selbst hier bei den Raketen eins. Ja. Ich seh das. Wo kommt denn das? Das war bei mir verpackt nach unten irgendwie. Ach so. Keine Sorgen, Leute. Ich hab alles unter Kontrolle, glaub ich. Ja, ich brauch trotzdem Saphira. Dann hol welche. Ja, da muss ich jetzt zu nem Planeten flattern. Wer kommt mit? Boah, Timers. Ich muss... Nein, ich sortiere. Ich komm hier rein und hab irgendeinen Mist im Inventar. Es tut mir leid. Eigentlich nicht, nein. Moin, wer auch immer. Moin. Hallo. Hi. 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 So, äh, Cassie, versuch mal bitte Aluminium vom Galactic Craft herzustellen oder zu farmen oder... Keine Ahnung. so ich habe nicht dieses hier hatte das was ich dir zugeworfen habe sondern das hellere aluminium ja es gibt ja ich hoffe das kann ich irgendwie ja doch nicht dann musst du dich mit mir zwangsverheiraten da bin ich eiskalt so melven du hast vielleicht zugeballert lieber entdeckung lass mich in frieden mit diesen meinen ich sortiere alles nur so wie es nach farbe und so und in dem moment fällt mir auf scheiße ich habe eine reihe falsch einsortiert ja gut ja ich guck mal draußen nach unserer fuel anlage warum macht warum ist warum fehlt hier ein stück stück dort bitteschön tyrox du sollst doch aufhören immer den dreck zu essen ich mache es aber gerne wer nicht ach so stimmt ja die entweder die roten oder also hier läuft wir haben zwei lieder näher doch nicht doch haben wir ja wir haben hier 36 dreieinhalb stecks kartoffeln und die waren einfach nicht verarbeitet was los wo haben wir denn 36 kartoffeln hier unten in der kartoffelfarm das wird nicht abgepumpt dann löst das mal ich habe keine ahnung wie das geht ja wieso wird denn dat nie abgepumpt frag mich nicht wenn ich das in den schimmelkössenthesmaschinen lege kommt aber das andere raus und nicht das was du willst was muss ich da ändern ich brauche aber das ganz ganz ich brauche das ganz 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 andere keine sorge dass das das wird hier gleich keine sorge ja aber mit dem von hilo kann ich halt nicht arbeiten weil ich schaffe das rezept wie es mir angezeigt aber ich bekomme das von ich weiß das gleiche habe ich auch raus bekommen das brauche ich aber nicht aber da kann ich irgendwie dann weiß ich auch nicht mach was sonst ja gleich kurze frage an euch hattet ihr jetzt auch das geräusch von cassie im hintergrund ist wahrscheinlich eine katze nee das ist ein extremes rauschen warum habe ich fast wollen im inventar warum bist du teil rocks ich geh mal die raketen oben aufbauen ich brauche ähm sissi verlässt du bitte mal die gruppe und gehst du teil rocks in die gruppe mit rein äh wenn ich gerade mal gucken wo das ist bzw finde wo das ist da wenn man die gruppe erstellt äh ja glaube ich wenn ich erklärst du gleich ihr seid die welche gruppe wie heißt die fraktion ach ich muss ich ja erst einladen ja gut aber dafür muss ich trotzdem erst lassen weiter 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 party und dann einmal alle quests die du hast ja jetzt habe ich alles im inventar ja da dann lufe mir ja dann lied dann beryllium ja beryllium ja kom ich will den scheiß ja ja und kassi macht mit kassi was ist mit dir los ja das gefällt es so kenne ich die kassi ja gar nicht so ich gehe jetzt nie wieder hin tja ich könnte es jetzt einladen so äh so da hast du noch was vergessen einladen ja ja ein witz so jo schnappt ihr Würde ich nicht machen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ach, da ist ja noch mehr Blei drin. Oh, ich kriege einen Kollaps. Ach, Alk. Ich mach gar nichts. Ich bin die ganze Zeit hier draußen und schnüffel. Ja, aber du lachst. Nein, mach ich nicht. Nein. Nein, mach ich nicht. Ach, Tyrox nimmt es nicht so tragisch. Andere haben es schwerer. Ist. Mir. Egal. Oh Gott, ich hab Pipi in den Augen. So. Ist es dein Ernst? Doch, ist es. Du wolltest da nie wieder hingehen, selber ist schuld. Ach, gib mir den Stoff. Alter, irgendwas ist schon wieder mit Discord los. Ja, irgendwas. Ich wollt grad sagen, liegt es an mir, oder? Nein, es liegt an Discord. Hat zwar vor einigen Tagen schon Probleme. Ja, wir werden irgendwie alle zu Cyber 2.9. Nein. Nein. Cyber 2 wird zu uns. Warte mal. Nee, warte mal. Discord wird zu Cyber. Das ist gemein, Leute. Das macht man nicht. Ich brauche dieses fucking Aluminium. Oder Saphire. So. So, Saphire. Wie haben wir das nochmal bekommen? Mit Cat-Vinium. Cat-Vinium kriegt man, wenn man Kesse die klein macht. Nee. Bekomme ich an Aluminium auf einem aufgestellten Planeten? Normalerweise auf jedem Planeten gibt es das Erz. Also auf dem, wo wir grad sind? Auf dem Mond? Nee, auf dem Mond ist der einzige Planet, wo es keine Erze gibt. Mhm. Ich hab... Ich kann es so gut. Lass es deponieren. Ich wär jetzt. Ich möcht nicht nur sagen, es ist gut für euch. Haros an den Enden. An seinen Enden. Bist du fliegen? Hallo? Was habt ihr da? Das ist eine gute Waffe. Nee, ist es nicht. Nee, ich will dich gar nicht hauen. Schon einfach vorbei. Die Scheiße. Hab ich da Phosphor drinne? Moment, wenn's du... Nee, da hab ich leider kein Phosphor drinne. Schade. Muss ich nur machen. Oder... Späfel... Frostbohren, ne? Hm... Quats, was ich... Ver... Ver... Ach, Tyrox, nimm's nicht so tragisch. Nimm's nicht so tragisch. Nimm's nicht so tragisch. Ja, wir können nichts dafür, dass dort immer das Falsche einsortiert wird. Boah, also Discord ist krass. Ja. Das geht wirklich grad nicht. Discord ist Gottlieb zu uns. Mach dich da weg, Dolores. Und ich hab's nicht so tragisch. Nee. Ich hab's nicht so tragisch. Ihr hört euch halt einfach alle an wie ein Roboter. Äh, 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 äh. Ich hab's nicht. Discord, wir brauchen deine Hilfe. Nee, war eigentlich nicht. Er war doch so. Seiwort? Seiwort? Wo ist... Zeig dich. Zeig dich. Genau, zeig dich. Was weiß ich. Leute? Ja? Wo ist der Kack? Wo ist das? Keine Ahnung. Leute? Ja? Ich glaub, ich hab was ganz Wichtiges verloren. Guck mal, ob man so ein... so ein lielanes, äh, Gläschen in der, in der, in der Fläche schon hat, ey. In dem Inventar. Nö. Nö. Dolores? Ich fühl mich total ignoriert. Ich fühl mich ignoriert von der hier. Die redet doch die ganze Zeit. Sorry, dass ich nicht aufgepasst habe. Du hörst auch nicht zu, wenn ich rede. Wie sich das anhört. Ihr hört euch auch nicht besser an. Du stülst so merkwürdig. Es fehlt immer noch was. Ja, äh. Ja. Okay, ich brauche Magnesium nicht. Doch eigentlich. Ach, Tyrox. Ich brauche Urlaub, Leute. Was ist denn los? Das fühlt sich doch alles so schön. Ich kann nur die Hälfte davon verstehen. Ich habe gesagt, ich werde mich berühren. Oh meinst du abkommst, die Fies. Das findet er nie wieder. Ich weiß. Hälfte davon haben. Ich habe wieder die Hälfte entfernt. Das ist die Hälfte. Das ist die Hälfte. Ich habe es nicht da drin. Das ist die Hälfte. Ich habe die Hälfte. Warum? Zum Teufel? Was denn? Ich bin nicht so. Was ist los Tyrods? Ich werde. Ich habe Tränen in den Augen. Also ich kann wirklich nur die Hälfte von allem verstehen, was so hat Dreckt.